So YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Journey mit Alex Hunter und wir haben den Sichtungslehrgang hinter uns und habt den Exzellent abgeschlossen und wir drücken jetzt mal weiter. Ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht hier. Hey, Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? What did you draw? Uh, Design? Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one clients. Schweigen, schön sie zu sehen. Sicher doch. Komm, ich bin mal ganz vernünftig hier. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, alright? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Katharine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like Goldust, Alex. Of course. It's even the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money. But you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Okay. And I can again decide to choose the team, which you want to write down. I already gave him the team as my favorite team, but he said that in the high-classes teams you don't have enough practice. But, you know what, people? It's actually really bad. I actually just want to... No, come. I'll do it now. I'll go to Arsenal. It stays in the family, eh? Who says Romance is dead? I'll get the cocks turn in my hand and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. The proudest day of my life. You signed him in my old club. I'll show you the fans, what the Hunters have on it. It's not easy to keep you with them. And the Hunters are back again. Come. Hot as a bat, Grandad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Hahaha. She's brilliant. Cooler thing. Mein Kumpel ist mit dabei. Ach, wer hätte es gedacht. So, das sind wir dann wieder zurück in unserem Zimmer. Was können wir hier noch machen? Nichts weiter. Statistiken. Oh. Einnahmen 0. Wir sind schon 4,5 Millionen Pfund wert. Cooler Sache. Drücken wir auf weiter. Und es geht gleich weiter mit dem ersten Trainingstag bei Arsenal. Das wird geil, Leute. FC Arsenal Trainingsgelände. Geil. 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 Das ist der Trainer. Geil. Unter. Walker. In you go. Gaffer. Trust your boy's had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. Ihr habt ein Problem, legen wir los, wir werden, wir werden alles geben, will ich, oder? Komm, ich bin mal cool, legen wir los. Es ist schwer zu wissen, dass Ihr Team-Mates, wie Ihr trainiert. Ein paar verschiedene Persönlichkeiten auf dem Team, ein großes Egos. Wir wollen in der Premier League sein, wir brauchen Team Chemistry. Es ist kein Problem, nur 11 Personen auszudrücken. All right, get cracking. Training beginnt in 15 Minuten. Und ich habe nicht ein Paar von euch, wie ein paar Boy-Band-Rejects, auf meinem Pitch. Wenn du eine andere Richtung gehst, musst du gehen, dann ist es das, die Dressing-Room. Jetzt aber schnell. Oh, gleich eine Minute abgezogen. All right, as you're all aware, we got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm gonna be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. Hmm... We're ready when you are, Hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's Spanish, yeah? Young man. Das ist schon mal ein guter Start hier. Kinder sind wir also schon betitelt. Oh, das ist cool. Wenn du hier Mannschaftsrede oder was hier. Cool. Slow bin dann. Oh, Training. Alex, Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise und deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex Gesamtwertung steigt, schaffst du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Ja, das hört sich schon gut an. Good morning, gentlemen. I hope you're all well rested. We've got a special treat for you today. Focus Training. Hard, precise, knackering. Okay, das Team ist komplett aufgeteilt. Auswechselspieler, Startelf und hier Reservespieler. Das haben wir auch geil gemacht. Und ich schmuck gleich weiter. Verteidigungsgrundlagen, das erste Training. Oh je. Jetzt geht's um die Wurst, würde ich sagen. Los geht's. Ah, gleich mal vorbeigegrätscht. Schlecht, schlechter Start hier. Den hatte ich. Jawohl. Den hatte ich auch. Yes. Sehr gut. Ah, vorbei. Nein. Ach, shit. Yes. Super. Hm. Gut gemacht, aber noch nicht exzellent. Ich hab noch einen Versuch. Mach ich klar. Jawohl. Ach, dann ist er wieder vorbei. Yes. Ja, super. Perfekt. Sehr gut. Jetzt kann's klappen. Ja. Jawohl. Exzellent. Das kann ich zählen, also fortsetzen. Okay. Nächster Training. Dribbling. Tempo-Dribbling. Okay. Okay. Oh je. Come on. Ach, da fällt aber die Bande, ey. Nein. Scheiße. Ach, nochmal. Jetzt ist es aber super hier. Ja. Exzellent. Fortsetzen. Ach, das haben wir doch gut gemacht. Leute. Alex Hunter ist dabei. Drei. Sehr nice. Super. Weiter. Sind aber immer noch bei den Auswechselspieler. Trotz der coolen Leistung im Training jetzt. Aber, naja, was soll's. Wir drücken mal auf Weiter. Ich möchte die Folge jetzt auch nicht zu lang ziehen wie die erste. Oh, Alter. Gut, Alejandro. Uh, Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Gut to see you making friends, Hunter. Hey, the better chemistry between us, the better we play. Just, uh, remember you're not gonna find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, lass's tomber. Wow. Heh, 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 heh. And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch. Especially if you want to be on the preseason tour. Now hit the showers. Sehr schön. Gleich mal ein super Training absolviert. Und da sind wir auch schon wieder in unserem Zimmer. Und, äh, ich werde an dieser Stelle mal einen Cut machen. Ich möchte das natürlich nicht so lange in die Länge ziehen, die Folge, weil, äh, die Uploadzeit bei mir ist aber auch, äh, extrem hoch. Ja, ihr habt's mitbekommen, ich wohne auf dem Dorf. Ich wohne nicht in der Stadt. Ich habe natürlich keine so gute Internetverbindung. Von daher bin ich um jede Minute dankbar. Und, äh, ja. Lasst mir einen Daumen hoch, äh, lasst mir ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich sag mal ciao und tschüss, euer Chris. Untertitelung des ZDF, 2020